Na alles zusammen, mich hier ist wieder heute, ich bin heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und dazu war ich wieder mehr oder minder fleißig und habe mit meinem Main und dem einen oder anderen Twink ein paar Slots auf dem Vault aufgefüllt. Mit Main war ich ein 20er Key und hoffe, dass ich, wo haben wir es, hier das letzte Item kriege und zwar Schuhe sind das, das ist quasi vom Druid dann das letzte Slot Set Teil und ja, mal gucken, drückt mir mal die Daumen, dass wir die Schuhe drin haben. Wir stellen, ja gut, Wildheit lassen wir mal drin. Mit denen müsste ich nämlich dann auch das Achievement kriegen fürs Upgraden und was kriege ich? Ich kriege ein Trinket, ich glaube, das habe ich schon, oder? Ähm, naja, das ist natürlich jetzt belastend, genau das gleiche Trinket habe ich schon, heißt, ja, wir müssen hier die Marken nehmen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht sonderlich gut gelaufen, bedeutet für mich, ich muss die Woche wieder lostigern und nochmal, ähm, den 20er Key laufen. Ich dachte mir, oder ich habe gehofft, dass ich es vielleicht jetzt ein bisschen ruhiger angehen kann. Na ja gut, so viel dazu, jetzt bin ich gerade überlegen, setze ich die Marken für irgendwas ein? Hm, na gut, eigentlich könnte ich mir noch ein paar Würmdinger kaufen, ne, die brauche ich wahrscheinlich dann eh zum Upgraden. Dann machen wir es so. Ich glaube, dafür ist es am sinnigsten, falls ich dann im M-Plus die Schuhe kriege, dann kann ich mit denen Teilen das wenigstens upgraden. Gut, okay, das war schon mal nichts. Ich war noch auf dem einen oder anderen Twink unterwegs und habe noch, ähm, ein bisschen was Richtung Timewalker gemacht, einfach um noch einen Slot aufzufüllen, dass wir auch diese, äh, Aspect, ne, Würmwappen kriegen, um noch das ein oder andere Item abzugraden. Da werden wir jetzt mal noch gucken. Dann sind wir jetzt auf dem Shami. Bei dem habe ich noch hier eine Hose, die ich upgraden müsste. Und die Drachenwappen habe ich hier schon, also quasi dreimal 15 Drachenwappen. Und dann bräuchte ich jetzt noch einmal Aspektwappen. Und die können wir jetzt hier hoffentlich aus dem Vault rausziehen. Also das, was drin sein wird, werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Und dann nehmen wir, also was haben wir? Wir haben irgendwelche Handgelenke. Die wären sogar ein Upgrade, aber scheiß drauf. Wir nehmen auf jeden Fall die Marken. Die Marken können wir nämlich umtauschen und dann können wir das Ding einmal hochbasteln. So, also dann holen wir uns die Dinger hier. Dann basteln wir die hoch und, naja, das ist schon in Set umgewandelt, heißt, hoch zum Katalysator müssen wir nicht. Aber wir müssen es einmal upgraden, dass wir dann das T-Mog noch mitnehmen können. Ah gut, sonst brauche ich den Char nicht mehr. Das waren jetzt noch ein, ich glaube, drei Chars habe ich insgesamt, die noch ein Item hatten, wo ich quasi noch ein T-Mog rausziehen kann, ne, mit diesen Marken. Jetzt ist hier gerade wieder ein Timewalker-Event und da ist es eigentlich immer am entspanntesten. So, wir tun jetzt jetzt upgraden hier. Ja, und jetzt haben wir quasi die HC-Hose, müsste das sein. Also fürs HC-Set. Gucken wir rein. Na ja, Shami-Set. Und, ähm, die dem HC jetzt auch schon gut aus, sechs von neun Normal und LFR habe ich immer noch nicht fertig, da wollen wir noch Schultern. Anscheinend habe ich die bis jetzt nicht gekriegt, bin ich aber auch, ehrlich gesagt, aktuell nicht am Farmen. Gut, dann haben wir jetzt als nächstes den Paladin und der hat auch hier Hände, die sind schon auf 4,60 Upgraded. Die müsste ich quasi auch auf HC-Item-Level bringen und danach müssten wir, glaube ich, sogar noch in Katalysator stecken können für Tier-Set, um dann auch nochmal ein weiteres T-Mog zu kriegen. So, was haben wir jetzt drin? Wir haben hier irgendwelche Schuhe, die brauche ich nicht. Wir nehmen wieder natürlich die Marken und, ähm, ja, dann tauschen wir das um gegen Würmen. Wappen, wo haben wir sie? Hier. Und dann können wir sie upgraden und danach packen wir sie dann oben in den Katalysator. Jetzt schaue ich bloß mal geschwind, wie das aussieht. Amir Dressil, genau, Normal und LFR hat er fertig. Heißt, die jetzt gleich in den Katalysator zu packen, wird keinen Sinn machen. Und jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe genug von den Drachenwappen. Ja, sieht gut aus. Also packen wir es hoch auf insgesamt 4,67. Das ist dann 5 von 8. Und jetzt fliegen wir noch einmal hoch zum Katalysator und packen es dann da rein für Tiergear. Gut, hier, dann packen wir es einmal rein. Schauen wir mal. Genau, jetzt haben wir hier quasi noch das T-Set. Und da gibt es dann quasi auch nochmal ein Mock-Teil raus. Wunderbar. Gut, dann gucken wir weiter. So, und zu guter Letzt haben wir nochmal eine Voker hier. Und mit dem müsste ich auch irgendein Teil haben, was ich noch upgraden kann. Schauen wir erstmal, was haben wir hier. Hier ist ein Item, was natürlich ein Upgrade wäre. Aber ich brauche hier, glaube ich, die Marken für... Ah, das Teil hier, seht ihr? Das ist einmal 4,54. Und wenn ich das upgrade, kriege ich zwar noch keinen T-Mock. Aber wenn ich es dann in den Katalysator packe, dann müsste ich einen T-Mock kriegen. Heißt, wir holen uns jetzt hier die Marken. Das Ding... Ne, das können wir nicht sonderlich weit hochbasteln. Ich denke, beim Evoker müsste ich das Normal- und LFR-Set schon komplett haben. Aber wir gucken es jetzt zur Sicherheit gleich nochmal nach. Sonst müssen wir es nämlich andersrum machen, ne? Da müssen wir es nämlich erst in den Katalysator packen und dann upgraden. Ähm... Amir-Drasil... Ah, jetzt gucken wir mal. Nett, das... Oh, der hat vom HC-Set hat er auch schon richtig viel. Halt, jetzt habe ich es irgendwie weggeblättert. Ähm... Mist, hat der den Mantel schon fertig? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken. Ich war mir relativ sicher, dass ich mit dem auch noch ein... Ne, er sagt mir, dass ich die Tierschultern noch nicht habe. Hm... Wisst ihr was? Es kann sein, dass ich hier die Tierschultern durch ein anderes Item habe. Das zwar genauso aussieht, aber dementsprechend eine andere ID hat. Heißt, jetzt packen wir das erstmal in den Katalysator rein. Und danach... Ähm... Können wir gucken. Weil VOV Thing sagt mir nämlich, dass ich da noch, ähm, quasi ein Upgrade kriege. Beziehungsweise ein Tiermock. Seht ihr das? Also da sind die Schultern definitiv noch drin. Also müssen wir jetzt mal gucken, an was das genau liegt. Also, die Schultern... Die hier, die packen wir rein. Ah, seht ihr? 50% heißt, ich kriege doch einen Mock, wenn ich es upgrade. Ja gut. Dann machen wir das doch mal. So. Jetzt haben wir das Ding. Auf Set. Und jetzt müssen wir es einfach nur upgraden. Duty, also. Das packen wir jetzt hier noch rein. Und dann habe ich anscheinend nicht genug von den Drachenwappen, sehe ich gerade. Ja gut, okay. Ich glaube, wir müssen schnell den Waldpost noch umhauen. Duty, jetzt haben wir genug Marken. Oder müssen es zumindest haben. Jetzt schauen wir mal. Also, was wollen wir machen? Hier die Schultern einmal. Können wir jetzt nur upgraden. Und dann haben wir hier auch nochmal ein weiteres Team-Octal. Gut, dann müsste ich jetzt mit allen Vaults durch sein. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr irgendwas Cooles rausgekriegt habt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video. Euer Tila. Bis zum nächsten Video. Ciao.